Eine herausragende Europa-League-Saison und natürlich für uns, was die zukünftige Ausrichtung angeht, schon ein großer Meilenstein, das muss man sagen. Es ist ja immer so im Leben, im Erfolg machst du meistens die größten Fehler und das ist das, was wir verhindern wollen. Wir wollen, ich weiß, Phrasenschwein, muss ich drei Euro reinwerfen, weiß ich schon, aber es ist leider die Wahrheit und wir wollen schon sehen, dass wir den Klub und diese Chance nutzen. Das ist eine große Chance, die wir haben. Erstmal ist es der Wettbewerb. Also der Champions League macht natürlich den Klub halt immer interessanter und das ist nun mal der interessanteste Wettbewerb in Europa. Deswegen ist automatisch der Klub natürlich ein ganz anderes Interesse an dem Klub und beziehungsweise auch für den einen oder anderen Spieler, für den einen oder anderen Spielerberater natürlich eine deutlich attraktivere Nummer, als wenn wir jetzt nicht die Europa League gewonnen hätten und somit nicht international gespielt haben. Aber das ist normal. Und wenn wir die Champions League spielen, dann wollen wir die Gruppenphase überstehen, unabhängig davon, welche Mannschaften da sind. Dass das natürlich von der Erreichbarkeit mit der Zusammenstellung der Gruppe einhergeht, ist ja klar, aber das ist das Ziel. Natürlich sind die angesprochenen Spieler natürlich wichtige Spieler in der Vergangenheit gewesen, haben natürlich auch einen sehr, sehr großen Anteil daran, bei dem jetzigen Erfolg. Aber das wird man jetzt sehen. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess, wo sich auch jeder einzelne Spieler Gedanken darüber machen muss, wie sieht er seine Zukunft, seine kurz- bis mittelfristige Zukunft. Aber auch, und das ist halt auch wichtig und das ist auch nochmal wichtig zu betonen, wir sind trotzdem auf Transferlöse angewiesen. Das hat sich nicht verändert. Und das hat sich nicht verändert.